Der erste Ausflug in den Garten. Heute ist der 1. Mai. Blitz, Alvin und Deiner. 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 Paulchen? Bolle beim Blümchenpflückel, Priska, Banja nochmal, Basra, das ist aber scheiße. Oh, sie haben die Mama gefunden, Mama, Mama ist immer gut, da kommt auch Bani und Basra, Bailey, Bolle geht zu Alvin, Alvin, großer Bruder. Wo ist die Bolle? Bolle der Entdecker, hallo Bolle. So, ja, da waren alle tapfer hier. Da haben wir sie alle, ne? Da ist auch Billy, genau, Billy hatten wir glaube ich noch nicht. Billy ist auch da. Also alle tapferen Entdecker. Für das erste Mal, Bailey, gell, mein Schatz? Jawoll. So, da hat die Mama, guck mal, da ist die Mama, genau. Opa, Opa, Entschuldigung. Da ist die Mama, noch einer die Mama gefunden, ne? Und da ist noch einer die Mama. Bolle. Bailey, komm her Schatz. Da noch die Mama. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. So, genau deine, leg du dich mal hin. So ist das prima, ne? Ja, feine deine, ne, meine Süße. Aha, Alvin, jetzt sehe ich nichts mehr, Alvin. Genau, wieder du. Komm her. So, und der letzte kommt auch noch. So. Es wird langsam eng an der Bar. Alle, du schlagst du mal an. He, He He He, Alvin, du vorwitzhnas. Untertitelung des ZDF, 2020